Das Haus der Geschichte in St. Pölten präsentiert 100 Jahre Niederösterreich. Heute vor 38 Jahren nahm in Wiener Neustadt die erste Luftgüttemessstelle in Niederösterreich ihren Betrieb auf. In den nachfolgenden Jahren erfolgte der kontinuierliche Ausbau des Luftgüttemessstellennetzes. Motivation für die Messnetzplanung war zunächst das allerorts stark ansteigende Umweltbewusstsein. Gesetze wie das Smogalarmgesetz 1989 und das Ozongesetz 1992 stecken auch heute noch weitgehend den Rahmen der messtechnischen Luftgüteüberwachung ab. Bereits Mitte der 90er Jahre erreichte das Messnetz in etwa seinen heutigen Umfang. Die Geräte werden stetig nachgerüstet und sind auf dem neuesten Stand der Technik. Für Messungen und Datenerfassung werden hochwertige Analysegeräte herangezogen. Schon 2004 wurde die Luftgüte Niederösterreichs rund um die Uhr von 35 stationären und drei mobilen Messstellen des Landes überwacht. Die Auswertung der Daten, die alle fünf Sekunden erhoben werden, werden vor Ort zu halbstunden Mittelwerten verarbeitet. Schon damals wurden täglich 20.000 Messdaten an die Zentrale geliefert. Heute sind 46 Messstellen rund um die Uhr im Einsatz. Die Luftqualität in Niederösterreich wird durch das niederösterreichische Luftgüteüberwachungsnetz, das Numbis, erfasst. Es werden nicht nur die wichtigsten Luftschadstoffe ausgewertet und veröffentlicht, sondern auch Wetterdaten. Das Messnetz arbeitet vollautomatisch. Die Daten werden in Form von Monats- und Jahresberichten veröffentlicht und auf Anfrage auch Privaten zur Verfügung gestellt. Im August dieses Jahres sorgte die Feinstaubbelastung in Stockerau bei der Messstation der A22 für Besorgnis unter den Bürgerinnen und Bürgern. Als Gegenmaßnahmen wurden vom Land Niederösterreich im Mobilitätssektor der Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie Fahrverbote für gewisse Abgasklassen genannt. Befürchtet wird jedoch, dass die Realisierung des Ausbaus der A22 auf sechs Spuren eine weitere Verschlechterung der Luftqualität verursacht. Diesen historischen Rückblick präsentierte Ihnen das Haus der Geschichte in St. Pölten.